Herzlich Willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 48. Kalenderwoche, der Woche, die am 27. November beginnt und bis zum 3. Dezember geht. Es ist die 5. Woche im November und auch der Beginn der Weihnachtszeit. Am Sonntag, den 3. Dezember, haben wir den 1. Advent und ich wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Zudem beginnt diese Woche mit einem Vollmond, direkt am 27. November. Und so haben wir in dieser Woche abnehmenden Mond und es wird so ein bisschen besinnlicher, ein bisschen beschaulicher. Und lieber Krebs, wir schauen mal, wie die Woche für dich werden wird und was die Karten uns zu deiner Woche verraten werden. Was haben wir hier? Die Mäßigkeit. Okay, ich komme gleich dazu. Ich werde die anderen Karten noch legen. Und dann brauchen wir noch eine Karte vom Mond-Orakel. Ja, die Mäßigkeit ist schon mal eine schöne Energie, die das Besinnliche in deinem Leben nochmal sehr stark unterstützt. Eine Zeit der Heilung und des Gleichgewichtes. Ja, vieles, was du dir so vorgenommen hast in dieser Woche, wird sehr gut funktionieren. Du kannst dich auf die Unterstützung von anderen Menschen gut verlassen. Du kannst auch Menschen gut miteinander zusammenbringen und für Harmonie und ein schönes Klima, eine schöne Atmosphäre sorgen. Die Verbindung zu einem ganz besonderen Menschen könnte sich in dieser Zeit als sehr harmonisch und innig gestalten. Ja, die Mäßigkeit erlaubt es dir, auch viele verschiedene Bereiche in deinem Leben miteinander zu verbinden und in Einklang zu bringen. So, dass du halt auch eine sehr gute Work-Life-Balance hast und vielen Aufgaben gerecht wirst, die scheinbar im Widerspruch miteinander stehen. Und dabei vor allem auch gelassen zu bleiben. Wenn du kreativ tätig bist oder wenn das heißt, also es ist eben auch möglich, dass du eine sehr kreative Lösung für ein bestehendes Problem findest. Denn auch hier, ja, wirkt sich der Sinn für Harmonie und Ausgleich oder Balance positiv aus. Wir schauen mal, was es noch so gehen könnte. Es könnte sein, dass hier auch eine wichtige Veränderung in deinem Leben ansteht und du etwas entscheidest, dir auch etwas klar wird, wodurch eine Entscheidung von dir notwendig wird. Etwas, was auch so deine Lebensumstände, deine Lebensführung betrifft und doch einen recht großen Umbruch in deinem Leben bewirken kann. Aber du kannst dir sicher sein, dass du hier eine sehr, sehr gute Entscheidung treffen wirst. Durch die Mäßigkeit hast du hier ein sehr gutes Urteilsvermogen und bist in der Lage, ja, einfach die richtigen Prioritäten zu setzen. Es könnte halt auch wirklich sein, dass ein Ereignis auf dich zukommt, das eine schnelle Entscheidung von dir benötigt, ne, herausfordert. Und ja, und das könnte sich auch zunächst erstmal gar nicht so angenehm anfühlen, könnte, ne, also muss nicht unbedingt. Letztendlich wird sich das aber, weil du hier auch entsprechend darauf reagierst, auch als, sich auch als befreiend für dich anfühlen, ne. Es ist wohl schon eine Sache, die länger, ähm, länger Thema in deinem Leben war. Du wirst vor allem sehr zufrieden mit dir selbst sein. Das sagen hier diese zwei Kelche. Das ist eine sehr schöne Energie, die einfach das Harmonische in deinem Leben nochmal besonders unterstreicht. und einfach andeutet, dass du in Bezug auf diese Handlungen und diese Veränderung mit dir selbst im Einklang bist. Und dann womöglich auch mit einer oder mehreren anderen Personen. Und dass diese Veränderung letztendlich mehr Liebe in deinem Leben integrieren wird und die Liebe sich dadurch auch entfalten kann. Und ja, dass Liebe auch ein wichtiges Motiv in dieser Zeit auch für dich ist, ne. Ah, okay. Du hast jetzt schon den Entschluss schon längst gefasst wahrscheinlich. Du hast schon einige Entscheidungen getroffen. Du hast dich womöglich auch gegen etwas in deinem Leben aufgelehnt, zu etwas Nein gesagt. Dich aus einer, dich gegen eine gewisse Verpflichtung gestellt oder gegen eine gesellschaftliche Konvention. Gegen einen Gedanken auch. Gegen ein Gedankenmuster kann es auch sogar sein. Und in dieser Woche geht es viel darum, jetzt Taten sprechen zu lassen. Und eben dies zu tun, was notwendig ist, damit du dich auch weiterhin gegen diese Angelegenheit, gegen die du dich schon längst entschlossen hast. Ja, damit du bei diesem Entschluss bleibst. Das hat hier wohl wirklich Konsequenzen auf deine Lebensführung, auf deine Umgebung. In deinen Gedanken eine Königin der Stäbe. Und die Königin der Stäbe ist jetzt eine Personkarte, die auf eine andere Person in deinem Leben verweist, über die du dir dann viele Gedanken machst. Eine Feuerperson könnte es sein, Schütze würde sich deutlich zeigen, vielleicht Widder, vielleicht Löwe, vielleicht auch ein anderes Sternzeichen. Es ist auf jeden Fall eine sehr präsente Person, eine Person, die man kaum übersehen kann, die sehr dominant und zielstrebig auftritt. Sehr dynamisch und sehr leidenschaftlich agiert, auch fürsorglich, sich um alles kümmert, die Führung übernimmt, die Verantwortung übernimmt. Kann auch zum Beispiel eine Vorgesetzte von dir sein oder ein Chef. Das wäre auch durchaus denkbar. Es könnte auch sein, lieber Krebs, dass das auch eine Wesensfacette von dir widerspiegelt und du hier irgendwie in eine Situation kommst, wodurch du eben präsent auftrittst und die Verantwortung übernimmst. Wir gucken uns diese Person an. Es gibt hier eine Situation mit jemandem, die nicht sehr angenehm für dich ist. Vielleicht habt ihr schon länger Schwierigkeiten, vielleicht ist das jemand auf der Arbeit oder jemand in der Familie. Kann auch ein Sohn oder eine Tochter von dir sein. Jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat, erst gerade etwas lernt oder etwas Neues lernt, noch nicht richtig eingearbeitet ist. Aber mir scheint es so, eine sehr starke Meinung hat. Ja, irgendwie doch sich sehr stark einmischt, hier sehr stark seine Meinung äußert. Und diese Meinung ist etwas konträr zu dir. Bringt womöglich auch eine neue Perspektive rein, kann auch fruchtbar und inspirierend sein. Aber jetzt aktuell empfindest vor allem du oder vielleicht auch ihr beide die Kommunikation auch eher als sehr zäh oder schwierig. Irgendwie kommt man nicht richtig zu Ergebnissen und Unzufriedenheit macht sich breit. Und wenn du in so einer Situation bist, wirst du hier doch eine Lösung wahrscheinlich finden. Aber diese Lösung könnte halt auch etwas radikal ausfallen. Aber du siehst hier eine Möglichkeit für dich, hier doch die Oberhand zu gewinnen in dieser Angelegenheit und wirst sie auch ergreifen. Und dann dieser anstrengenden Situation damit tatsächlich auch ein Ende bereiten und am Ende sehr zufrieden mit dir selbst sein. Und vielleicht tut das diesen anderen Menschen auch ganz gut. Vielleicht braucht dieser Mensch auch genau so eine Grenze, die gezogen wird. Dieser Mensch muss vielleicht doch irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden, dass er noch sehr viel zu lernen hat. Dass er eben nicht alles weiß. Sehr interessant. Also in deinem Unterbewusstsein die Königin der Schwerter und lieber Krebses könnte auch eine Wesensfacette von dir sein oder eine andere Person, mit der du es zu tun hast. Vielleicht dieses Problem, was ich hier geschildert habe, vielleicht betrifft dich das gar nicht, sondern eben jemand, der dir sehr vertraut ist. Eine Person, die Wassermann oder Schütze sein könnte. Eine Person, mit der du dann aber wirklich sehr, sehr stark verbunden wärst. Entweder, weil ihr vielleicht wirklich familiäre Verbindungen habt oder eben, weil das dein Partner oder deine Partnerin ist. Oder ein wirklich sehr, sehr guter Freund oder eine sehr, sehr gute Freundin. Eine Person, die auf jeden Fall so über diesen Weg auch Unabhängigkeit findet oder du findest über diesen Weg Unabhängigkeit, Freiheit und mehr Selbstständigkeit. Unabhängigkeit einfach. Die Königin der Schwerter hat auch ein gutes Urteilsvermögen und man bewundert diese Person für ihre Weisheit auch. Eine sehr gelehrte Person. Ah ja. Ja, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, lieber Krebs, dass du diese Person widerspiegeln könntest. Dieser Entschluss, das ist der Knackpunkt. Dieser Entschluss, der schon gefasst ist, wenn du diese Legung hörst, den du schon gefasst hast, den hast du womöglich zusammen mit dieser Person gefasst, zusammen mit der Königin der Schwerter oder eben als diese Person. Und wenn du diese Königin bist, dann geht es hier wirklich um deine Selbstverwirklichung und deinen Reifungsprozess. Und dafür ist es hier sehr, sehr wichtig. Es ist für dich wirklich herausfordernd. Der Mund zeigt, dass du da nicht gelassen bist im Vorfeld. Hier wirklich die wichtigen Veränderungen vorzunehmen, die wichtigen Umwälzungen, dass dich das oder diese Person im besonderen Maße herausfordert, aber auch das Potenzial bietet, über dich hinaus zu wachsen oder über sich hinaus zu wachsen und sich auch eine neue Erfahrung zu verschaffen. Aber ja, wir haben vor neuen Erfahrungen oft sehr viel Angst, weil wir das oft nicht mit unserem Erfahrungshorizont abgleichen können, was hinter dem Mond sich verbirgt. Aber man erreicht Neuland über diesen Mond. Also es ist hier sehr vielversprechend. Sehr vielversprechend, was hier passiert. Ja, und da haben wir den Mond. Also das passt doch wirklich komplett zusammen. Also ich freue mich darüber, dass es einfach so stimmig ist. Also natürlich nicht, dass du dich in so einer Situation befindest, obwohl dieses Neuland zu erreichen, das kann wirklich wunderschön sein. Also diese Herausforderung lohnt sich für dich. Es könnte halt wirklich auch sein, dass du einen wichtigen Gesprächstermin hast. Ein wichtiges Meeting, ein wichtiges Gespräch im Privatleben oder ein Auftritt auch. Es ist etwas, was dich im Vorfeld auch sehr nervös macht, aber es kann wirklich dein Leben verändern. Dieser Prinz der Scheiben ist vielleicht eine Person, ja, man hat das manchmal in Filmen oder eigentlich immer. Jeder Film ist aufgebaut oder die meisten. Dass es einen Widersacher gibt, der ist für die Dramaturgie wichtig. Und dieser Widersacher ist einfach nur da, um die Kontra-Argumente für die Hauptpersonen wiederzuspiegeln. Ja, und mit genau so einer Widersacher hast du es hier womöglich zu tun, auch wenn ihr eng befreundet seid. Dieser Mensch meint es nicht böse, aber er hat im Moment nur in Bezug auf diese Sache einen anderen Standpunkt als du. Und ist für den Moment oder vielleicht auch schon länger dein Widersacher. Ja, aber es wird dir gut tun, es wird dir sehr, sehr gut tun, eine Lösung für diese Situation zu finden und über dich hinaus zu wachsen und hier eine klare Ansage zu geben und für dich selber einzutreten. Und die Veränderung, die in den Entschluss, den du schon längst gefasst hast, aus vollem Herzen zu verteidigen. Es ist auch wirklich dein Wunsch, dein Traum und führt dich auch zu deiner Wunscherfüllung. Und durch diese Veränderung, die du hier vornehmen wirst, wirst du dich auch befreien, wirst dich reinigen. Du findest Freiheit und Unabhängigkeit. Ich finde das wirklich wunderschön. Du schöpfst dadurch auch mehr Optimismus in deinem Leben und bekommst dadurch auch neue Ideen für deine Zukunft, neue Inspirationen. Ja, der Turm kann auch manchmal etwas ganz Simples sein. Vielleicht lässt du eine Gewohnheit einfach fallen. Vielleicht entschließt du dich, mit dem Rauchen aufzuhören oder du entschließt dich, jetzt kein Fleisch mehr zu essen. Dieser Widersacher wäre dann einfach nur eine Person, die dann zweifelt, dass du das wirklich schaffst oder durchziehst. Aber du ziehst das durch. Also du wirst das auf jeden Fall durchziehen. Und es wird dir unheimlich viel bringen. Es führt dich auf den richtigen Weg und zu deinen Träumen und Wünschen. Und schon wieder eine Königin, eine Königin der Kelche. Und diese Energie verweist ganz deutlich auf dich selbst, lieber Krebs. Denn hier haben wir es mit einer Wasserperson zu tun. Wahrscheinlich werden die Menschen in deiner Umgebung sehr deutlich erkennen, dass du im Begriff bist, du selbst zu sein und zu werden. Und erkennen dich auf sehr authentische Art und Weise in dem Moment, in dem du tust, was du für richtig hältst. Also hier geht es definitiv auch um deine Selbstverwirklichung und um dein Strahlen, lieber Krebs. Dein Strahlen. Du wirst dadurch auf jeden Fall genau zu der Person, die du bist und sein möchtest. Wow, ich finde die Legung sehr stark. Und du gehst auch positiv an die Sache heran. Und damit schaffst du es natürlich hier den Mond, die Ängste, die damit verbunden sind, zu überwinden. Du hast doch einen hohen ethischen Standard an dich selbst und es ist dir sehr wichtig, dass du nach deinen eigenen ethischen Standards richtig handelst. Und du bist auch davon überzeugt, dass dir das gelingen wird. Ja, du bist hier sehr optimistisch und glaubst an dich selbst und das finde ich super. Und die Karten unterstützen dich da definitiv. Spiegeln das genau wieder. Ja, der Eremit. Ja, sprich davon, wie ernst du das nimmst und dass du hier am Ball bleibst. Die Erfolge werden sich womöglich nicht von heute auf morgen einstellen. Es bedarf hier eine gewisse Zeit der Konzentration, des Fokussierens, der Ruhe. Aber du bist hier auf dem besten Weg. Du bist hier auf dem besten Weg. Zum Ende der Woche brauchst du womöglich ein bisschen mehr Zeit für dich, ein bisschen mehr Ruhe. Solltest du vielleicht auch die Woche mit Meditation ausklingen lassen oder mit einem Spaziergang durch die Natur, auch wenn es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, etwas kalt wird. Auf jeden Fall sehe ich dich hier sehr konzentriert, fokussiert, dass du dich auch nicht von deinen Emotionen leiten lässt, sondern bei deinen Vorstellungen, bei den Vorhaben am Ball bleibst. Eine sehr besondere Karte, bei der es womöglich auch um Verzicht geht. Ich könnte mir halt wirklich so etwas vorstellen, wie mit dem Rauchen aufhören. Wenn es hier um die Arbeit geht, sehe ich dich hier zum Ende der Woche, besonders zum Ende der Woche, sehr, sehr fleißig, sehr besonnen, sehr fokussiert an etwas arbeiten. Ja, eine wirklich schöne Legung, eine spannende Legung. Was haben wir hier? Es ist Zeit der Heilung. Es ist Zeit der Heilung. Auch der Stern spricht von Heilung, auch die Mäßigkeit. Und natürlich, in dem Moment, wo wir über uns hinaus wachsen und eine Hürde überwinden, fühlen wir uns gut und natürlich auch gereinigt. Das kann viele Probleme aus der Vergangenheit lösen und hier auch deine Erleichterung, ein gewisses Problem in deinem Leben losgeworden zu sein, sehe ich hier auch deutlich heraus. Ja, eine spannende Legung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Lieber Krebs, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, eine schöne Woche. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinen Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.